Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 40 und dem Thema Achtung Gehirnfurz, geben ist seliger denn nehmen. Herzlich Willkommen zum Durchstarter-Podcast, Folge Nummer 40, heute mit dem Titel Achtung Gehirnfurz, geben ist seliger denn nehmen? Wirklich wahr? Du magst vielleicht denken, hey, was ist das denn für eine Folge? Ich erzähle dir etwas aus dem Leben, so wie wir das ja immer machen in unseren Podcasts, denn du weißt ja, hier gibt es das, was wir selbst erleben, von der Straße für die Straße, Street Smart sozusagen. Auf unseren Workshops, diesem ganz besonderen Programm, diesem F.A.R. Power Programm, da geht es um Fülle, Erfolg und Reichtum. Und das, was die Menschen von Fülle, Erfolg und Reichtum trennt, sind selbst sabotierende Überzeugungen und Glaubenssätze. Diese identifizieren wir im Rahmen von diesem Programm und einer der am meisten sabotierenden und blockierenden Glaubenssätze ist, dass geben seliger ist denn nehmen. Immer wieder heben Teilnehmer ihre Hände und sagen, Damian, ich kann einfach besser geben als nehmen. Das ist nun mal so. Und dann stelle ich folgende Frage. Ich frage die Teilnehmer, wenn es jemanden gibt, der geben möchte und die andere Seite würde es nicht entgegennehmen, wie fühlt sich dann die Person, die geben möchte, wie fühlt sich das an, wenn du geben willst und der andere nimmt es nicht an. Ich kann dir das aus Erfahrung sagen, es ist ein unglaublich gemeines Gefühl. Wenn du jemandem eine große Freude machen möchtest, dann nimm es nicht an. Ich habe auf meinem Weg Menschen kennengelernt, die auf ihren Geburtstagen ein Buch führen, was sie geschenkt bekommen, von wem sie es geschenkt bekommen und was es ungefähr kostet, nur damit sie, wenn sie selbst bei dieser Person eingeladen werden, ein Geschenk in gleichem Wert wieder zurückschenken. Denn sie sind es sich einfach selbst nicht wert, diesen Wert, dieses Geschenk entgegennehmen zu können und es halten zu können. Du kennst es vielleicht aus einer Partnerschaft. Da sagt dir jemand, Schatz, ich liebe dich. Und du wirfst sofort, ganz schnell zurück. Ich dich auch. Da kommen diese großen, drei magischen Worte in dein Leben geflogen. Ich liebe dich. Aber du kannst sie nicht halten und schmeißt sie ganz schnell wieder zurück. Ich dich auch. Schnell wieder weg damit. Es möchte dich ein Freund zum Essen oder zum Kaffee einladen. Und du sagst, nein, nein, lass mal gut sein, ich übernehme heute. Und das gibt so eine hitzige Diskussion von, komm, ich habe dich eingeladen. Nein, 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 ich übernehme heute. Was glaubst du, wie sich diese andere Person fühlt? Wenn er das Geschenk, was er dir machen möchte, nicht abliefern kann. Guck, man braucht es nicht für jede Hand, die gibt, auch eine Hand, die empfängt. Wie kann also geben, seliger sein, denn nehmen? Ist es nicht unsere Aufgabe, uns selbst so wertvoll zu fühlen? Von uns zu sagen, ja, ich bin es mir wert zu empfangen. Und deswegen trainieren wir mit unseren Workshop-Teilnehmern regelmäßig so einen neuen, starken, bestärkenden Glaubenssatz. Ich bin offen und bereit zu nehmen und zu empfangen. Und dann bringe ich unseren Teilnehmern auch immer noch so ein ganz nettes Gute-Nacht-Gedicht bei. Und dieses Gute-Nacht-Gedicht, das schenke ich dir heute im Rahmen von dieser Podcast-Folge. Also spitz die Ohren und sprich mir einmal Folgendes nach. Liebes Universum, wenn du irgendjemandem auf dieser Welt ein großartiges Geschenk machen willst und dieser jemand ist nicht bereit, es anzunehmen, dann schick es zu mir. Ich bin offen und bereit, zu nehmen und zu empfangen. Ich bin offen und bereit, zu nehmen und zu empfangen. Mein Rat an dich, mein Durchstarter-Rat an dich, diese Woche, in dieser Folge, sei offen und bereit, zu nehmen und zu empfangen. Und dann behalte es, sei es dir selbst wert. Werde du dir deines Wertes, deiner Einzigartigkeit bewusst, denn du hast es verdient. Du bist gut, so wie du bist. Du bist großartig. Du bist einzigartig. Und du bist genug. Genug, um zu empfangen. Genug, um wertvoll zu sein. Genug, um zu behalten. Genug, um zu wachsen. Du bist mehr als genug. Mach's also einfach, probier's mal aus mit diesem netten, kleinen, guten Nachtgedicht. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat und du jemanden kennst, der das gut gebrauchen kann, diesen Impuls, dann leite diese Podcast-Folge einfach weiter. Schreib uns ein Feedback, einen Kommentar auf unsere Facebook-Fanpage. Ich freue mich, dass du da bist, denn nur weil du da bist, kann ich das tun, was ich von ganzem Herzen liebe, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie wachsen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Der Damian. Oh, 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 oh.